Wir haben hier gerade fotografiert, um nochmal was zu verdeutlichen. Und zwar, Licht ist erstmal wichtig zu beherrschen und dann sind es andere Komponenten in der Fotografie, die ein tolles Foto ausmachen. Und natürlich kann man sagen, hey Martin, mit der Kamera, mit dem Modell, mit der Finca, da könnte ja jeder fotografieren. Aber wir sind einfach mal rumgefahren und haben hier so eine kleine Ecke gefunden. Das ist eine Garage im Schatten. Die Sonne kommt direkt von hinten, sieht man ja gerade, so eine kleine Mühle ist hier noch obendrauf verbaut. Aber das ist jetzt wirklich keine Ultralocation, die man vielleicht auch nicht in Deutschland findet. Klar, vom Stil und von der Machart ist es schon irgendwie südeuropäisch, aber es ist jetzt eher eine ziemlich verrottete Gegend. Und jetzt kommt der Punkt, durch das richtige Licht, das richtige Model, das richtige Outfit und die Kombination aus Farben und Kontrasten und auch Looks kann man entsprechend eben die korrekten und tollen Bilder machen. Helena hat sich hier absichtlich in blauen Bikini angezogen und wir haben deswegen dieses Ton-in-Ton-Farb-Schema. Zusammen mit ein bisschen weitwinkliger Fotografie, zusammen mit ein bisschen Negativraum, so nennt man das übrigens, wenn man Bilder so ein bisschen in eine Richtung offen lässt, kann man hier richtig tolle Bilder erstellen. Und einen Kniff habe ich auch noch und das mache ich super gerne. Und zwar, wenn das Model im Schatten ist, ich aber mit der Kamera in der Sonne bin, dann entstehen richtig krasse Flares und das kann man richtig nutzen. Weil man belichtet ja im Schatten etwas heller, damit der Schatten auch richtig belichtet ist und dann damit wirken die Flares oder der Sonneneffekt dann noch viel stärker, als wenn man das Model ebenfalls in der Sonne stehen hätte. Weil dann muss man ja sozusagen dunkler belichten und damit nimmt man auch die Flares wieder zurück. Ich hoffe, das hat man verstanden. Aber der Flares-Effekt ist natürlich dann am krassesten, wenn ich selber in der Sonne bin, das Model aber immer noch komplett im Schatten steht. Ja, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man einfach mit entsprechendem Grips und entsprechender Kombination vorhandene Lichtquellen total meistern kann und richtig tolle Bilder entstehen lassen kann. Und wie gesagt, Schatten, offener Schatten ist immer das, worauf es ankommt und was wirklich der erste große Schritt ist, um das Ganze zu meistern.